moin moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen ja primäre pro tutorial ich möchte euch mal in diesem video zeigen wie ihr ein video in so einen text ab filmen können oder abspielen könnt das möchte ich euch in diesem video zeigen also bleibt dran nach dem intro geht es weiter viel spaß mit dem video ja dann möchten wir auch gleich mal loslegen ich zeige euch mal wie das ganze funktioniert ihr braucht natürlich ein videoclip das zieht ihr euch in die timeline hier rein das habe ich auch bereits hier schon gemacht dann wird hier auf jeden fall das textwerk zu das könnt ihr auch auf der tastatur klicken auf das t und dann wird ihr auch direkt das ausgewählt dann schreibe natürlich ja was rein ich schreibe mal jetzt mal hier weiter rein oder auch wasser reinschreiben dass der effekt wird noch cooler wenn ihr natürlich so umso weniger buchstaben ihr drinnen habt dann könnt ihr das viel größer skalieren und dann wirkt das auf jeden fall auch besser und dann sieht das ganze auch wirkt auch besser in den text halt das video so und dann müsst ihr noch ein bisschen skalieren das skalieren wir auch noch mal das ganze hier ich habe man halt den text hat jetzt futura genommen dann auf bold gestellt auf die dicke skalieren wir das ganze noch ein bisschen damit das bisschen noch größer wirkt so denke mal das sollte das reichen dann machen wir das hier noch mal komplett mittig so jetzt sehen wir das ganze jetzt hier naja und dann haben wir das jetzt hier drinnen so jetzt müssen wir noch ein effekt einfügen dann klicken wir unter effekte und unter effekte habe ich ja auch schon hier drinnen macht ihr zum beispiel weg schreibt die spur rein und dann ist das unter key die spurmaske key und den zieht ihr natürlich ich ziehe mal das mal ein bisschen die länge hier rüber den zieht ihr natürlich genau auf euren videoclip drauf zack so noch passiert gar nicht natürlich müsst ihr unter bearbeitung gehen und das noch ganz sicher bearbeiten unter der spurmaske so und unter der spurmaske müsst ihr auf die maske gehen und müsst ihr auf die maske natürlich auch auswählen wo auf welcher spur die ist und die ist ja auch das spur 4 also video 4 das ist ja hier kann man ja auch hier sehen und dann müsst ihr auch auf video 4 klicken so und voila dann seht ihr das seit das video jetzt in dem text drin ist sondern das jetzt mal abspielen seht ihr wie das ganze da drin wirkt natürlich wieder schon vorher gesagt aber umso weniger buchstaben ihr habt dann könnt ihr das viel größer skalieren und dann wird das auf jeden fall ja im text besser das video der video clip und so könnt ihr das eigentlich auch machen ja man könnte noch ein kann auch hier noch mal kurz noch was anderes noch zeigen ihr seht ihr das ist ja hier im hintergrund ja so komplett schwarz da könnt ihr zum beispiel noch ein bild dahinter einfügen oder beziehungsweise ein weiteres video könnt ihr rüber ziehen damit das halt nicht so schwarz wirkt ich ziehe mal jetzt mal hier ein anderes video mal rein auch von diesem wasserfall genau mal da drunter und dann seht ihr wenn ich das abspiele dass das auch im hintergrund noch mit läuft das könnt ihr halt da gucken wir das machen ob es mit dem bild machen wollt oder oder hat mir ein video das könnt ihr halt dann kombinieren ja das wollte ich euch mal zeigen wie ihr ja so einen coolen effekt machen könnt dass ihr eine schriftart eurer video clips reinmachen können wenn euch das video dann gefallen hat dann würde ich mir gerne wünschen den video noch einen daumen nach oben gibt und wenn er noch kein abonnent meines kanals dann abonniert meinem kanal gerne ansonsten würde ich sagen wir sehen uns im nächsten tutorial wieder schaut auf jeden fall auch meine andere tutorials so weit da sind auch auf jeden fall interessante sachen was ihr über adobe premiere pro lernen könnt also ich würde sagen wir sehen uns im nächsten video wieder auf wiedersehen bis dahin und tschüss